So Leute, ich bin's. Ich habe Episode 3 geschaut von Jurassic World Chaos Theory und ja, ihr wisst ja, dass ich die Episoden immer schaue und dann direkt ein Video zu Episode mache, die ich immer schaue. Und ich habe im letzten Video schon gesagt, dass die Idee wahrscheinlich gar nicht mal so clever ist. Ich leide gerade extrem darunter, wirklich nach jeder Episode pausieren zu müssen und dann hier ein Video für euch zu machen, weil die Episoden einfach wirklich so enden, dass du das Ganze weiter gucken möchtest. Irgendwie verstehe ich da auch nicht ganz, warum man auf die Idee gekommen ist, die gesamte Staffel auf einen Schlag rauszuhauen. Ich glaube tatsächlich, es wäre hier cleverer gewesen, jede Woche eine Episode, also dann eben auf zehn Wochen, aufgeteilt für uns zu veröffentlichen. Weil du hast ja einfach massig Sachen zum Spekulieren, massig Dinge, die du irgendwie hinterfragen musst. In der letzten Episode wurde auf einmal Rasierschaum einfach mal so nebenbei gedroppt und ich denke mir halt, bei allem, was ich in der Serie sehe, Ah, okay, das muss ich mir auf jeden Fall merken, das führt jetzt zu irgendwas. Ob das dann aber stimmt, ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt erst bei Episode 3. Es gibt insgesamt zehn, meine ich. Und ja, das heißt, wir haben noch nicht mal die Hälfte erreicht. Wir befinden uns jetzt hier in dieser Episode nämlich auf der Ranch in Texas bei Sammy. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen jetzt einfach mal über Episode 3 mit dem Titel, ich habe ihn vergessen. Aber was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass es zwei verschiedene Titel sind. Im Deutschen heißt das einfach nicht so wie im Englischen, das ist mir aufgefallen. Ist im Endeffekt aber auch irrelevant, ich werde es euch hier gerade mal einblenden. Wir starten jetzt einfach mit Episode 3, Jurassic World Chaos Theory. Auf geht's! Ja, was soll ich sagen, man merkt es auch vielleicht so ein bisschen. Mein Kock nennt, mein Kock, Alter, das ist so der Versuch, Fremdworte zu benutzen, aber du kannst es nicht. Meine Konzentration, die lässt jetzt schon langsam nach. Aber tatsächlich, es ist wirklich so ein Ding, wenn du permanent Pause machen musst bei dieser schon fast Achterbahnartigen Fahrt dieser Serie. Bisher muss ich einfach sagen, unfassbar geil. Lohnt sich auf jeden Fall sehr, bis jetzt zu schauen. Ich hoffe mal, dass sie da nicht irgendwann jetzt, ja, noch so einen seltsamen Bogen kriegen und daraus irgendwas komisches machen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Serie tatsächlich Hand und Fuß hat. Und irgendwie habe ich auch das schlechte Gefühl, in Anführungszeiten schlechtes Gefühl, dass man die Serie hier auch wirklich mit einem Finale beenden wird. Das heißt, wir werden zum Schluss kein offenes Ende haben. Ob das stimmt oder nicht, wie gesagt, verratet es mir hier unter dem Video noch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Ganze fühlt sich sehr rund an. Sehr rund, sehr klein gehalten, einer schönen kleinen spannenden Thriller-Geschichte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da jetzt irgendwie einen Punkt mit habe. Okay, wir haben jetzt in den letzten beiden Episoden mitbekommen, wie Darius und Ben von Atrosi Raptor angegriffen wurden. Das war in Episode 1. In Episode 2 haben wir dann den Tankstellenvorfall mitbekommen. Was ja so ein bisschen eine Filler-Episode war, die uns eigentlich nur zeigen wollte, dass es jetzt wichtig sein wird in der Serie, auf die Freundschaft zurückzugreifen. Die Freundschaft, die ja auch dafür gesorgt hat, dass die New Plastics die Ereignisse von Jurassic World Camp Cretaceous überleben konnten. Jetzt sind wir also schon in Texas angekommen und ich habe ja sogar die Befürchtung gehabt, also die freundliche, die freudige Befürchtung, dass wir jetzt so ein Roadtrip-Movie bekommen oder so eine Roadtrip-Serie. Das stimmt einigermaßen, aber ich dachte, das geht jetzt wesentlich zügiger voran. Ich dachte tatsächlich, dass sie Sammy direkt zu Beginn der Episode irgendwie einsacken und dann gleich weiterfahren und dass dann die Story jetzt schneller ihren Lauf nimmt. Aber nein, wir lassen uns wirklich Zeit, die Geschichte aufzubauen und eben unsere Charaktere nach und nach noch einmal neu vorgestellt zu bekommen. Das heißt, wir haben ja in der ersten Episode Darius noch einmal wieder gesehen, haben mitbekommen, dass sich auch Darius über die Jahre ein bisschen verändert hat. Na klar, er ist Erwachsener geworden, nach Brooklins Tod hat er sich auch von seiner Art, von seiner Denkweise her sehr verändert. Wir haben Ben wieder gesehen und auch nochmal neu kennengelernt und Ben ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, so auf Steroiden hängen geblieben. Und jetzt treffen wir eben dann Sammy wieder und das war eigentlich sehr schön. Denn Sammy hat sich, glaube ich, von der gesamten Gruppe, die wir bisher wieder gesehen haben, am wenigsten verändert. Es wird sogar ganz kurz nochmal von Ben aufgegriffen und so humoristisch wird irgendwie eingeschmissen, dass Sammy jetzt noch sämiger geworden ist als in Jurassic World Camp Cretaceous. Und das stimmt tatsächlich, weil Sammy ist ja so die, die immer gelacht hat, die Herzen, die Herzliche, die Offene, die Freundliche. Und jetzt hier wird es eben dann komplett übertrieben. Und sie ist, sie freut sich eben auch einfach, die beiden wiederzusehen. Sie macht lustige Sprüche, sie macht Witze und wir sehen, dass Sammy tatsächlich komplett alleine auf einer Farm lebt. Und da habe ich mir ganz kurz erst gedacht, okay, dass das jetzt so das Familienanwesen sein muss. Aber nö, Sammy hat anscheinend mit ihrer Familie gar nicht mehr so guten Kontakt nach den ganzen Ereignissen der Isla Nubla und eben der Zeit, die dazwischen verstrichen ist. Das heißt, sie lebt wirklich komplett alleine auf dieser Ranch und versorgt sich da auch komplett alleine. Das passt aber auch zu dem Charakter. Ich fand Sammy, das hat wirklich sehr gut zu ihr gepasst, dass sie das auch so gut hinbekommt. Ja, sie ist eben auch schon in der vorherigen Geschichte von Camp Cretaceous auch immer wieder das Mädchen gewesen, die gelacht hat. Und bei der dann im Nachhinein aber rausgekommen ist, okay, sie überspielt auch sehr viel mit ihrem Lächeln, mit ihrem Grinsen. Und in Camp Cretaceous war das zum Beispiel der Fall gewesen, dass sie ja als Spionin tätig war oder beziehungsweise sollte sie bestimmte Proben aus dem Jurassic World Park für Mentor Corp, war es glaube ich, gewesen, beschaffen. Und das bricht ja irgendwann auch einfach so aus ihr heraus und auf einmal ist sie nicht mehr die ständig lachende Sammy und alles ist gut und alles ist toll. Man sagt ja auch wirklich, dass Personen, die permanent lachen und glücklich sind, dass die eigentlich am meisten mit Gedanken zu kämpfen haben. Und das lernen wir jetzt auch hier ganz cool in dieser neuen Episode. Wir bekommen einen weiteren Rückblick, in welchem wir erneut sehen, dass Brooklyn wieder einen der Nubla Six besucht hat, in diesem Fall eben Sammy. Und dazu kommen wir aber gleich noch. Wir fangen jetzt erstmal chronologisch an, die ganze Geschichte zu besprechen. Ben und Darius kommen also auf der Ranch von Sammy an und riechen plötzlich irgendetwas. Und dann gibt es ein ganz kurzes Streitgespräch darüber, was denn da jetzt gerade so seltsam riecht. Und Darius meint erst, das riecht irgendwie nach Heu. Und Ben sagt, dann hast du noch nie in deinem Leben Heu gerochen oder was, das riecht doch nach Rauch. Und dann stürmen sie in die Hütte rein, weil sie eben denken, es brennt da drin und Sammy, könnte ja etwas passiert sein. Aber nee, Sammy steht dann da mit so einer Mistgabel, mit welcher sie anscheinend den Kuchen in und aus dem Ofen rausholt. Also wir hatten davor eine Episode gehabt, das habe ich glaube ich noch gar nicht mit euch besprochen. Wir hatten eine Episode gehabt, in der wir erfahren haben, dass Ben Cornflakes aus einem stinkenden Stiefel isst. Dann haben wir mitbekommen, dass Ben auch Lakritze aus einem Glas isst, welches er aber auch gleichzeitig für Pinkelpausen benutzt, an denen er nicht einfach anhalten kann. Jetzt bekommen wir mit, dass Sammy einfach eine kacke Gabel benutzt, um damit ihr Essen zu machen. Das ist, also ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll, aber irgendwie haben die alle so ein bisschen, naja, einen an der Rassel nach den Ereignissen von der Isla Nubla. Und ja, wie gesagt, Sammy ist eben die, die man auch noch kennt. Ich finde tatsächlich, ich finde es nicht schade, dass sie sich am wenigsten verändert hat, aber bei ihr hätte ich mir tatsächlich vorstellen können, dass man da schon fast so eine Art von Kulturschock bekommt, dass sie auf einmal eine ganz andere Person ist. Aber nö, Sammy ist eben weiterhin Sammy, die freut sich tierisch dann die beiden zu sehen. Auch sie geht ganz kurz mal auf Bens Größe ein und dass er ja dem Rest der Gruppe die Wachstumshormone weggenommen hat und deswegen ist auch nur er so extrem gewachsen. Und dann redet sie. Sie macht quasi das, was sie auch immer gemacht hat. Sie redet ununterbrochen und lässt dann auch die beiden Jungs nicht wirklich zu Wort kommen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wird es jetzt so eine Episode, wo die wirklich jetzt 20 Minuten lang versuchen, Sammy mitzuteilen, dass sie die Ranch verlassen müssen und sie schaffen es aber nicht, ihr das zu sagen, weil Sammy permanent am Reden ist? Das kann anstrengend werden. Das ist eine Art von Storytelling, was nicht nur langweilig ist, sondern eben auch sehr einfallslos rüberkommen kann. Und ich kann jetzt hier schon mal was vorwegnehmen. So ähnlich läuft es tatsächlich ab, aber sie haben es besser umgesetzt als eigentlich gedacht. Darauf gehen wir jetzt sofort ein. Wir sollten ganz kurz nochmal über eine Holzdiele sprechen. Die wird nochmal kurz ein bisschen wichtiger werden. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, dass die Serie eben aufgrund dessen, dass es eine Kinderserie ist, die bauen hier und da Dinge ein, die sehr einfach zu verstehen sind. Was nicht verkehrt ist, überhaupt gar nicht. Aber auch hier ist mir wieder aufgefallen, dass Sammy direkt als dann die beiden Jungs das Haus betreten, auf einmal aus dem Nichts heraus auf so eine Diele tritt. Und die fängt irgendwie an zu quietschen und dann sagt sie, das muss ich noch reparieren. Und ich dachte mir schon, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Foreshadowing. Wir kannten ja den Trailer. Die Atrosi-Raptoren treffen irgendwann auf Sammy und wahrscheinlich tritt sie dann auf diese Diele mit drauf. Die wird dann gleich nochmal, da gehe ich nochmal gleich drauf ein. Das haben sie eigentlich ganz cool gelöst. Wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass das so passiert, oder ich kann es auch jetzt einfach mal schon sagen, es passiert eben nicht. Das fand ich ganz cool, dass sie auch so mit der Erwartungshaltung dann davon spielen. Sammy redet also ein bisschen über Jess und ihre Eltern. Dann erfahren wir auch, dass sie nicht mehr so häufig miteinander sprechen, wie das davor eben mal gewesen ist. Das heißt, die Beziehung zwischen ihr und den Eltern, die ist so ein bisschen in die Brüche gegangen. Und Jess macht einen Abschluss, hat sie glaube ich erwähnt. Ich meine ebenfalls vom College. Darauf wurde aber glaube ich gar nicht mehr wirklich eingegangen. Auf jeden Fall wird eben gesagt, dass Jess ihren Abschluss macht. Die beiden leben scheinbar auch getrennt voneinander. Ich gehe mal davon aus, dass die aber immer noch zusammen sind, weil das hat jetzt irgendwie nicht so gewirkt, als wären die eben einfach kein Paar mehr, sondern eben so eine Art von Fernbeziehung. So eine Art von Fernbeziehung. Jess macht da ihr Ding und Sammy macht eben hier Kuchen mit einer Mistgabel. Und das wird sogar von Ben irgendwann nochmal ganz kurz so ein bisschen auf die Schippe genommen, weil er glaube ich auch mal auf den Mistkuchen oder auf den Dreckkuchen eingeht. Da musste ich auch ein bisschen lachen. Das fand ich ganz witzig. Und dann versucht Ben, Sammy eben zu erzählen, dass sie hier weg müssen. Jetzt haben wir die zweite Situation, wo das ebenfalls nicht mehr gelingt, weil Sammy erneut anfängt reinzureden. Ich glaube Ben beginnt das Gespräch sogar mit, wir sind nicht einfach umsonst hier. Und Sammy denkt dann darauf hin, dass Ben Bumpy sehen will. Das macht irgendwie Sinn in diesem gesamten Kontext. Von daher fand ich das ganz okay, wie sie es hier gelöst haben. Wie gesagt, ich bleibe dabei. So dieses Ganze, wir schaffen es nicht ihr mitzuteilen, dass wir gerade gejagt werden. Da ein bisschen schwierig in so einer Situation, aber ich verstehe, warum sie es hier gemacht haben. Wir sollten eben jetzt auch noch ein paar mehr Sachen eingeführt bekommen. Unter anderem nämlich Bumpy. Bumpy ist nicht mehr auf der Mentakorp-Insel. Bumpy ist jetzt im Bewusstsein von Ben. Das heißt, Ben wusste davon, auf der Farm in Texas bei Sammy untergekommen. Und Ben freut sich eben auch darüber. Und mir ist eins aufgefallen, dass ich mit Bumpy gar nicht mehr so Schwierigkeiten hatte. Ich hatte in Staffel 2 war es glaube ich gewesen. Da habe ich mir gedacht, ich fand Bumpy eigentlich blöd. Das war aber einfach der Umstand, dass wir plötzlich einen Ben hatten, der mit einem Speer auf Bumpy geritten ist. Das A, es passt immer noch nicht in das Jurassic Franchise rein. Bin ich fest der Überzeugung, dass das ein bisschen zu viel des Guten gewesen ist. Aber inzwischen finde ich, dass Bumpy ist die bessere Blue. Ich finde, Blue ist ultra zickig zum Großteil. Wir haben ja Momente, wo sie dann auch mal gegen Owen geht und nach ihm schnappt. Und dann, keine Ahnung, ich fand einfach Blue, wenn man von Sympathie sprechen kann, hat Blue da gar keinen guten Status bei mir. Während Bumpy einfach total toll rüberkommt. Schon wie so ein richtig dusseliger Hund. Rennt dieses massive Tier dann eben auch auf Ben zu. Und Ben checkt dann irgendwann, dass Bumpy sehr groß ist. Und dann denkt man am Anfang, okay, Bumpy rennt jetzt einfach so durch Ben durch. Oder er stupst ihn zumindest um. Dass da jetzt nichts Großartiges passiert, das war mir auch klar. Aber nö, Bumpy bremst dann ganz kurz vor Ben ab und nimmt ihn dann einmal so mit dem Kopf hoch. Das ist eine superschöne Szene, dass die beiden sich eben jetzt auch wiedersehen. Und da kaufe ich auch die Beziehung ab. Ich verstehe, warum die so ein Draht zueinander haben. Zum Beispiel eben auch, weil John Hammond ja im allerersten Jurassic Park Film erzählt hat, dass ein Dinosaurier sich das Lebewesen einprägt, das es zuallererst sieht nach dem Schlüpfen. Und nach dem Schlüpfen hat Bumpy zuallererst Ben gesehen. Das war der erste Faktor. Da mussten die beiden auch noch zusammen überleben. Und haben ja auch eine ganze Weile auf der Isla Nubla überlebt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit zwischen Staffel 1 von Camp Cretaceous und Staffel 2 vergangen ist. Aber es war auf jeden Fall eine kurze Zeitspanne. Lass das mal von mir aus auch nur zwei Wochen gewesen sein. Aber ich meine, es war ein bisschen länger. Auf jeden Fall kannst du halt hier nachvollziehen, was die alles durchgemacht haben. Und das ist schön, das mal wieder zu sehen. Ich dachte mir, Bumpy wird jetzt wahrscheinlich aber nicht mehr so eine große Rolle spielen. Ich habe das Gefühl, dass man das einfach noch kurz einführen wollte, dass sie jetzt eben auch auf dem Festland ist. Weil sonst wäre natürlich die Frage da gewesen, wenn Ben jetzt nicht mehr auf der Mentakorp-Insel ist, wo ist denn dann Bumpy? Das haben wir jetzt hiermit beantwortet bekommen. Ich schätze mal, da kommt nicht mehr allzu viel. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie ihre Rundreise mit Bumpy zusammen machen wollen würden. Und dann lernen wir Carl kennen. Ja, wer ist Carl? Carl ist ein, ein, also ich muss wirklich sagen, das ist so ein typischer, wie man sich diese Proto-Amis vorstellt. Das ist so ein Typ, der denkt immer noch, er wäre Cowboy und kann mit Gewalt sein Land verteidigen. Und ja, so verhält er sich dann eben auch. Er versucht, was eine ultradumme Idee ist, mit einem Auto einen Ankylosaurus umzubringen, indem er gegen ihn fährt. Das ist sein Plan. Also er möchte Bumpy aus dem Weg räumen, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, es wird mal ganz kurz angesprochen, dass Bumpy auf dem Land von ihm mal irgendwas kaputt gemacht hat. Es wird zumindest gesagt, dass Bumpy Eigentum von ihm bestätigt hat. Ob das auf das Auto bezogen war oder jetzt wirklich auf das Land, das habe ich jetzt nicht so ganz daraus verstanden, auf jeden Fall hat dieser Mann einen tierischen Hass gegen Dinosaurier. Und ja, er kommt dann eben auf die Idee kommen, ich ramme einen Ankylosaurus mit meinem alten Laster. Das ist so kein Laster, das ist so ein alter Truck. Und dann beschwert er sich, dass Bumpy dieses Auto weggerammt hat. Ich meine, dass das nicht mehr hätte sein müssen. Ich glaube, der hätte auch einfach gegen Bumpy fahren können und das wäre genauso in die Hose gegangen. Und dann wird sich eben noch beschwert. Und dann sagt er halt irgendwann so einen Satz von wegen, er will nicht mehr warten, bis die DPW hier auftaucht und dieses Vieh hier wegschafft. Nein, er kümmert sich selber drum. Und wenn alles gut läuft, dann landet irgendwann auch der Kopf von diesem Ankylosaurus an seiner Wand. Auch der Kopf. Was so ein bisschen darauf hindeuten lässt, dass der wahrscheinlich auch einfach illegal Dinosaurier jagt. Ob das jetzt eine Referenz an Staffel 2 von Camp Cretaceous war, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dasselbe Gefühl gehabt wie damals, als Darius dann im Zelt von den Jägern diesen Kopf von dem Dino gefunden hat, der an der Wand gehangen hat. Naja, daraufhin geht dann Ben erstmal in Angriffsposition. Das fand ich ziemlich cool. Weil Ben ist ja jetzt schon ziemlich robust geworden. Und irgendwie habe ich mir gedacht, Ben scheuert dem jetzt eine. Das passiert aber nicht. Man soll ja auch mit vorbildlich vorangehen. Und das war auch alles super, wie Ben die Nummer hier gelöst hat. Und es wird erneut eine Sache gemacht, die habe ich in Camp Cretaceous schon extrem gelobt. Wenn wir wieder auf das Thema aktuelle politische Korrektheit kommen. Das war ja in den alten Staffeln so gewesen, dass Sammy und Jess sich ineinander verliebt hatten. Und die haben sich dann eben geküsst. Und dann wurde einfach nur von Darius kurz angesprochen, ey, seid ihr jetzt ein Paar? Und dann wurde gesagt, ja, wissen wir nicht ganz. Und das war halt so ein stinknormales, so eine ganz normale Situation. Und das haben die halt super gemacht, das einfach so aufzubauen. Das heißt, es wurde hier wirklich total normalisiert, weil es hier auch normal ist. Und so wurde es dem Zuschauer nicht so ins Gesicht gedrückt. Das machen ja sehr viele Serien heutzutage. Resident Evil Netflix, ganz krasses Beispiel. Die dir immer diesen Stempel ins Gesicht drücken. Du musst jetzt verstehen, dass wir hier politisch korrekt sind. Und das macht diese Serie hier einfach so viel cleverer, so viel angenehmer und so viel charmanter. Genauso wie jetzt die Kritik angebracht wird, dass Männer ja immer so ein bisschen so den Alpha raushängen lassen müssen. Das ist so eine kleine Kritik, die irgendwie gegen Männer geht. Aber auch das ist so total organisch und auch wirklich witzig mit eingebaut. Weil dann eben Ben und Carl so einen Anstarrwettbewerb machen. Nach dem Motto, wer zuerst wegguckt, der ist eben dann der schwächere Mann. Und Sammy adressiert das dann einfach, indem sie mit den beiden redet und sowas sagt. Ja, ihr müsst jetzt aufhören und wir beruhigen uns jetzt erstmal alle. Und ich weiß, obwohl ihr euch beide gerade extrem männlich anstarrt, könnt ihr mich beide verstehen. Und es war so ein kleiner Seitenlieb nochmal, was aber wie gesagt auch jetzt hier extrem charmant eingebaut wurde. Und es war so ein indirekter, so ein indirekter kleiner Hink einfach in die Richtung. Dieses Männer müssen männlich sein. Das war einfach sehr charmant. Hat mir echt ganz gut gefallen. Und dann kommen wir zu einem sehr coolen Moment. Ich bleibe dabei, dass ich finde, dass Ben die beste Charakterentwicklung im gesamten Jurassic-Franchise hat. Und die Entwicklung von diesem extrem ängstlichen Kind, das jetzt wirklich ein, ich will nicht sagen ein Anführer geworden ist. Aber er ist eben wirklich, er steht jetzt schon an der vordersten Front. Und kann auch mal wirklich richtig Gegenwind machen. Er ist selbstbewusster geworden auf jeden Fall. Du hast immer noch so ein Stückchen Kinder-Ben in ihm drin, wo du manchmal merkst, okay, das kriegt man halt nie aus ihm raus. Aber obwohl ich finde, dass Ben die beste Entwicklung hat, habe ich nach dieser Episode am meisten Sympathien für Sammy bekommen. Denn Ben schafft es dann irgendwann, als Carl dann abgehauen ist und die sich wieder in die Küche begeben haben, weil da ja noch Sammys Mistkuchen im Ofen liegt, dann schafft es Ben irgendwann, Sammy darauf anzusprechen, dass sie gejagt werden. Und naja, dass Brooklyns Tod kein Unfall gewesen ist und dass wer auch immer Brooklyn umgebracht hat, jetzt auch hinter den beiden her ist. Oder generell hinter allen noch übrigen Nooblar Five. Und Sammys Reaktion da drauf ist einfach, sie guckt erstmal ganz kurz Darius an. Ob das auch wirklich stimmt. Darius ist immer noch so komisch. Ja, ich weiß nicht, das kann sein oder auch nicht. Und Sammy sagt aber einfach dann direkt, alles klar, wir fahren jetzt los. Ich glaube dir, es wird nicht lang diskutiert, die ist direkt mit dabei. Und das fand ich einfach ultra geil. So diese taffe Sammy, das gefällt mir richtig gut. Und dann versucht sie ihre Sachen noch einzupacken, weil sie meint ja auch, wir brauchen ein paar Vorräte und alles. Und dann geht sie in so einen extra Raum. Und dann bekommen wir wieder ein Flashback. Und da sehen wir, wie Brooklyn in der Hütte von Sammy sitzt. Ihre Jacke ist so über den Stuhl drüber gelehnt. Und sie ist am Laptop. Das ist wie gesagt ein Flashback von irgendeiner Zeit, an der Brooklyn scheinbar auch Sammy besucht hat. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass Brooklyn alle der Nublar Five, also alle anderen Nublar Six, außer sich selber logischerweise, noch einmal besucht hat, bevor dann eben der Mord passiert ist. Ich kann da noch keinen Zusammenhang finden, ob das etwas damit zu tun haben könnte, was jetzt gerade passiert. Allerdings habe ich mich hier ganz kurz gefragt, ob Brooklyn hier bei Sammy gewohnt hat, weil die wirklich wie so einen eigenen Raum hatte. Es stand, glaube ich, kein Bett drin. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber da habe ich erst dran gedacht, okay, haben die beiden zusammen gewohnt über eine kürzere Zeit oder was ist denn da genau passiert? Wir erfahren es aber eben nicht. Wir erfahren danach nur, dass Sammy tatsächlich wieder so einen Nervenzusammenbruch bekommt und eben dieses ganze smilende, aufgesetzte Gesicht wirklich einfach nur aufgesetzt ist. Denn sie sagt ganz klar, wie soll ich denn mit all dem hier klarkommen? Meine Eltern, die reden nicht mehr mit mir. Meine Freundin, die wohnt irgendwo ganz weit weg. Und Brooklyn ist tot. Das ist ja auch eine Sache, die auch sie noch beschäftigt. Und dann merkst du, dass, naja, deswegen ist sie auch Sammiger. Sammy wird anscheinend immer Sammiger. Finde ich einen geilen Ausdruck übrigens. Je mehr, je schlechter es ihr geht. Sie kann quasi sehr, sehr schlecht mit sowas umgehen und versucht, das alles immer wegzulachen. Das klappt eben auch hier wieder nicht. Und dann merken eben die Jungs, okay, es geht ihr einfach auch extrem schlecht nach dem Tod von Brooklyn. Sammy versucht also so ein paar Sachen zusammenzupacken für die lange Reise. Auf einmal geht das Licht in der gesamten Hütte aus. Und auch jetzt, Foreshadowing. Jetzt wird erstmal so getan, okay, das ist wieder ein Stromausfall. Ich gehe mal zu den Sicherungen. Das ist, warum macht das eigentlich jeder Film? Jeder Film, der irgendwie Spannung aufbauen will oder jede Serie, wenn das Licht ausgeht. Also ich gehe erstmal zum Sicherungskasten. Und die andere Partei, die geht irgendwo ganz woanders hin. Damit du eben jetzt zwei verschiedene Storylines hast. Und die haben wir jetzt auch hier. Natürlich war klar, was als nächstes passiert. Wir haben hier nicht einfach nur einen ganz normalen Stromausfall. Aber wir sehen dann draußen das Auto von Karl vor der Tür stehen. Und ich dachte mir im Ernst, dass wir jetzt eine Episode bekommen, in welcher Karl der Antagonist ist. Dass wir jetzt eine Kampf-gegen-Karl-Folge bekommen würden. Denn der hat ja schon gedroht, dass er jetzt Bumpy aufs Korn nehmen will. Und das hat er anscheinend auch vorgehabt. Ich meine, Karl war ja da. Das Auto von Karl stand vor der Ranch von Sammy. Nur kommen dann Ben und Darius an sein Auto ran und sagen eben hier, Karl, wir wissen, dass du es bist. Ja, kannst dich auch gleich zeigen. Und dann liegt Karl aber einfach tot neben seinem eigenen Auto. Das heißt, er hängt dann da. Wir sehen es natürlich nicht ganz. Aber er ist auf jeden Fall tot. Und ich habe mir ganz kurz gedacht, nachher tauchen dann nämlich auch, oder gleich tauchen dann nämlich auch die Atrosi-Raptoren auf. Und ich habe mir gedacht, waren das die Atrosi-Raptoren, die ihn getötet haben? Oder ist das die Person, die die Atrosi-Raptoren kontrolliert? Also kann die Person vielleicht auch irgendwie was, keine Ahnung, Genick brechen oder so? Ich meine, Owen war ja auch ein Navy-Seal. Weil das sah nicht so aus, als wäre Karl jetzt großartig aufgeschlitzt oder eben halb gefressen worden. Du hast auch, glaube ich, kein Blut gesehen. Deswegen ist mein Gedanke jetzt gerade zu der Episode immer noch, dass welche Person da auch immer dahinter steckt, dass es eine Frau ist, weiß ich inzwischen, dass die möglicherweise auch einiges auf dem Kasten hat und gar nicht mal so ungefährlich ist. Wenn das also stimmt, haben wir jetzt eine Person, die hier mit vier Atrosi-Raptoren, die sie kontrolliert, auf Menschen schicken kann und eben selber noch, naja, auch handgreiflich einiges auf dem Kasten hat. Da bin ich sehr gespannt, was sie damit noch machen. Das könnte dann natürlich auch wieder in so einem James-Bond-Bösewicht-Ding enden. Aber ich lasse mich da jetzt erstmal wirklich überraschen. Sie machen es ja gerade auch ganz cool. Und Karl war übrigens auch unser erster Toter gewesen in der Serie, glaube ich. Haben wir davor schon mal einen Toten gesehen? Außer Brooklyn, wo ich immer noch sage, ich glaube nicht, dass Brooklyn tot ist. Aber Karl ist jetzt der Erste, der den Atrosi-Raptoren hier zum Opfer gefallen ist. Und dann bekommen wir ein schönes Kammerspiel. Das ist genau das, was ich mal erzählt habe. Wir haben uns mal gemeinsam auf Twitch einen Kurzfilm von Ali Avada angeschaut. Das ist ein YouTuber, der mit Blender selber Kurzfilme erstellt mit so schönen Animationen. Und da gibt es eine Episode von Ali, die spielt auch auf einer Ranch, wo dann so ein Flugsaurier, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, dieser Quitzel-Quatzel, der aus Jurassic World Dominion, der taucht dann eben da auf und klaut immer die Kühe von der Ranch weg. Und dann muss dann da ein Bauer damit klarkommen mit den Ereignissen. Dann tauchen da auch noch Velociraptoren auf. Und dann hast du da so ein schönes Kammerspiel in der Dunkelheit, mit Mondschein und nur den Schatten von den Dinosauriern. Und damals habe ich gesagt, ich würde sowas gerne mal als Film sehen, als realen Film in dem Jurassic-Universum. Jetzt haben wir es hier auf jeden Fall bekommen, in Jurassic World Chaos Theory Episode 3, bekommen wir ein Ranch-Kammerspiel und das ist wirklich geil gemacht. Wir haben verschiedene Atrosiraptoren, es sind glaube ich jetzt aber nur drei, ich weiß gar nicht, wo der vierte hin ist. Oder waren es vier? Ich weiß es gerade nicht. Es kann auch sein, dass es vier gewesen sind, müssten eigentlich alle vier gewesen sein, du hast, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, Ghost ist dann der erste Raptor, der Atrosiraptor, der dann in das Haus reinläuft. Und Sammy bemerkt das Ganze, als sie an den Sicherungen rumspielt und dann eben merkt, okay, da tut sich nichts, da stimmt irgendwas nicht. Und dann sieht sie den Schatten von Ghost oder eben den Kopf von Ghost so am Fenster langschleichen. Und sie reagiert tatsächlich sehr gut darauf. Ich glaube, ich hätte erst mal so dargestanden. Dann wäre ich tot. Aber sie ist auf jeden Fall direkt in Deckung gegangen und versteckt sich dann ebenfalls in dem Haus und Ghost kommt dann eben auch rein. Und dann versucht sich Sammy an Ghost vorbeizuschleichen und ich dachte mir, okay, jetzt tritt sie auf diese, auf diese Holzdiele, die ich am Anfang erwähnt habe. Weil die wurde ja schon angeteasert mit, die knackt. Und sie merkt das aber und macht dann einen Satz über diese Diele. Also sie läuft quasi drüber, ohne sie zu berühren und wirft dann dabei aber diese Mistgabel aus Versehen um. Ja, logischerweise flippt dann daraufhin Ghost aus. Kurz darauf oder parallel dazu sehen wir auch, wie Darius und Ben mit den anderen beiden Atrosiraptoren zu kämpfen haben. Es sind nur drei. Es sind nur drei oder bin ich doof? Du kannst aber halt auch alle außer Ghost nicht auseinanderhalten, weil es hier wieder dunkel ist. Es müssten halt vier sein. Es sind ja vier Atrosiraptoren. Auf der Ranch sind aber auf jeden Fall nur drei, bin ich mir recht sicher. Weil wir haben einmal Sammy, die mit Ghost zu tun hat. Dann macht Tiger und Red oder Tiger und Pentira oder einer von den anderen drei auf jeden Fall. Macht dann mit Darius ebenfalls so ein kleines Kammerspiel und noch ein anderer ebenfalls auch mit Ben. Und Ben schafft es dann irgendwann, Bumpy zu befreien. Das finde ich ziemlich cool. Wir bekommen jetzt hier einen schönen Dinosaurierkampf. Und Bumpy ist ja schon mächtig. Das merkst du auch dann total, weil ein Ankylosaurus hat ja diese gewaltige Panzerung auf dem Rücken. Und der Atrosiraptor hat keine Chance gegen Bumpy. Also der Kampf ist jetzt nicht unbedingt spektakulär. Aber es ist schon ganz cool, das mal zu sehen. Und ich mag Bumpy einfach. Ich finde das ziemlich cool, dass die auch so auf der Seite der Menschen ist. Und ich weiß, bei Blue habe ich das immer so ein bisschen bemängelt, dass Blue immer nur die Bösen frisst und immer die Guten am Leben lässt. Aber Mann, Blue ist halt auch einfach ein Veloziraptor. Und Veloziraptoren, finde ich, gehören nicht so auf diese Mein-treuer-Freund-und-Begleiter-Schiene. Raptoren gehören einfach, wie jetzt hier in der Serie auch, als wirklich gefährliche, düstere Dinosaurier, vor denen du auch einfach Angst hast, wenn sie auftauchen. Letztendlich schaffen es dann auf jeden Fall, die Jungs zusammen mit Sammy zu entkommen. Dann fahren sie mit Bens Wagen weg und Sammy packt auf einmal eine Karte aus. Und diese Karte ist ihr wohl genau jetzt, welch ein Zufall, aus der Tasche von Brooklyn herausgefallen, als sie irgendwas gemacht hat. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Brooklyn ihre Jacke über diesen Stuhl gehangen hat, in diesem Flashback. Und die Jacke war immer noch da. Die hat sie anscheinend da vergessen oder so, keine Ahnung. Oder sie ist direkt nach Sammy irgendwo hingegangen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall findet Sammy dann jetzt eben in dieser ereignisreichen Situation, findet dann eben Sammy die Karte von Brooklyn. Macht sie auf und dann haben wir hier ganz viele Sachen, die dich einfach nur noch mehr verwirren. Also wenn man glaubt, dass man bis Episode 3 immer mehr Schnipsel bekommt, die dir nach und nach mehr erklären, was gerade abgeht, das kannst du komplett vergessen. Du hast in Episode 2 einfach, nee, in Episode 1 einfach diese riesige Karte bekommen von Ben, der alles miteinander verbunden hat. Also alles. Und jetzt haben wir eine Karte von Brooklyn, auf der bestimmte Punkte eingezeichnet sind. Von Orten, wo die Noopla 6 wohnen, also wirklich Adressen, aber auch von anderen Orten. Und Sammy geht dann ebenfalls oft darauf ein, dass das hier alles Adressen sind. Das sind alles Standpunkte, wo jemand von uns wohnt. Und dann sagt Darius aber, ja gut, aber da ist ein Punkt zu viel eingezeichnet. Wer ist denn das? Was ist denn das hier für eine Person? Naja, dann quatschen sie eben so ein bisschen über diese Karte, was da alles drauf zu sehen ist. Und dieser eine Punkt, der, der Punkt, der eben keine zuortbare Adresse gewesen ist, war an diesem Punkt, war eine Uhrzeit angegeben. Und das war wohl die Uhrzeit, an welcher Brooklyn dort gewesen ist. Und Darius sagt dann, das ist kurz passiert, oder diese Uhrzeit ist kurz vor dem Unfall mit dem Allosaurus. Also kurz bevor Brooklyn vermeintlich gestorben ist. Ich habe mir zwar auch nur gedacht, okay, muss das sein? Ich meine, da ist ja nur eine Uhrzeit wohl angegeben, aber kein Tag, glaube ich zumindest. So wenn das nur die Uhrzeit ist, kann das ja auch ein anderer Tag einfach gewesen sein. Wahrscheinlich war ein Datum mit dabei, ich habe es aber wieder irgendwie so ein bisschen verdrängt. Ich versuche tatsächlich in jeder Episode schon das Rätsel zu lösen. Es wird aber halt einfach nichts. Ich werde immer, immer dümmer, je mehr ich gucke, weil immer mehr mit dazu kommt. Ich weiß auch nicht, wer diese Person sein soll, die dann noch irgendwie in der Mitte eingekreist ist. Da habe ich ganz kurz überlegt, wen gab es denn noch in alten Staffeln. Vielleicht lebt Hep noch. Ich habe da keinen Zusammenhang jetzt irgendwie, aber wenn Hep noch am Leben ist, das fände ich ganz cool. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wer da sein könnte. Also wer ja an diesem Punkt eben sein könnte. Und da fahren sie jetzt aber scheinbar erst einmal hin. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich in der nächsten Episode erfahren, wer genau dort ist. Und dann werden die Atrosi-Raptoren befreit. Die sind nämlich bei dem ganzen Gerangel auf der Farm irgendwie eingesperrt worden. Zumindest einer von denen ist, glaube ich, in dem Gehege von Bumpy eingesperrt worden. Und dann sehen wir, wie so eine Hand kommt und eben dann den Raptor befreit. Und dann hören wir die Pfeife auch wieder. Und die Raptoren rennen in so einen Bus rein. Der transportiert die weg. Das heißt, wir bekommen auch jetzt eine Antwort auf Darius' Frage, die er nämlich am Anfang gestellt hat, als die Atrosi-Raptoren gerade auf der Ranch angekommen sind. Da fragt er sich nämlich, wie konnten die jetzt so schnell von A nach B kommen? Weil wir haben die ja irgendwo in den Big Rock Mountains damals abgehängt. Und jetzt sind wir in Texas. Und jetzt tauchen die auf einmal hier auf. Und die Antwort ist ganz einfach, dass die Person, die diese Raptoren kontrolliert, denen scheinbar mit so einem Auto hinterher fährt, wo eben die Raptoren drin sind. Zwar haben wir sie immer noch nicht gesehen, aber ich bin sehr gespannt darauf, wer das sein könnte. Ich glaube nicht, dass wir die Person schon kennen. Weil wir haben ja auch schon Silhouetten oder bestimmte Ausschnitte und Körperpartien von der Person gesehen im Trailer. Und die hat ja so eine ganz blasse Haut. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schon mal irgendwo gesehen haben. Aber ich würde einfach mal behaupten, dass das hier eine neue Figur ist. Am Ende ist das einfach Brooklyn. So eine Zombie-Brooklyn, die so halb überlebt hat und mit Gentechnik dann so irgendwie da rumläuft. Ich habe echt keine Ahnung. Und in dieser Episode werde ich auch mal keine Theorie von mir geben, weil ich mich sonst selber viel zu kirre mache. Das mache ich aber in der nächsten Episode wieder. In Episode 4 am Ende werde ich erneut eine Theorie aufstellen und versuchen, das Rätsel jetzt zu lösen. Jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr Episode 3 von Jurassic World Chaos Theory fandet. Und wie gesagt, bitte nichts zu den kommenden Episoden spoilern in den Kommentaren, sondern einfach nur über Episode 1, 2 und 3 jetzt hier sprechen, weil ich jetzt bis zu dem Zeitpunkt hier auch nur Episode 1, 2 und 3 gesehen habe. In diesem Sinne, ihr Lieben, sehen wir uns wieder zu Episode 4. Macht's gut, ciao, ciao. – Ciao. – Ciao. – Ciao. – Ciao. – Ciao. – Ciao. Vielen Dank.